Oh, da hat was geblinkt. Habe ich genau gesehen. Da. Da hat was geblinkt. Das hole ich mir jetzt. War das hier? Nix. Einfach nur ne alte Bude. Ne Trinkhalle aus dem alten tibetischeren Raum. Was weiß ich? Tibeter Raum? Zack. Ich bin echt mal gespannt, wie viel ich verpasst hab. Kletter-Action. Boah, das sieht trotzdem krass aus, ey. Ich glaube aber nicht, dass das Kloster da unten gehalten hätte bei der Wasserschwemmung. Hätte sich bestimmt abgebaut. Hm, oh. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Okay. Leise. Okay. Geht klar. Stimmt, das Geballer haben die bestimmt auch nicht gehört von dem stationären MG. Es war ja so leise. Au. Ne, ist ja viel zu weit. Das könnte was werden. Hoch. Sonst stellen wir sie so genau drücken, damit er da hochklettert. Hoch mit dir. Nein, Mo. Und dann auch wieder nicht... Oh. Nein, du blöd, Mann. Toll. Toll. Und nochmal das Ganze. Ey, was ist denn jetzt los? Mein Gott. Gerade so astrein. So, erst ein paar Dinger, jetzt tausendmal dasselbe. Komm, geht's aber. Jetzt aber. Hoch mit ihr. So, volle Konzentration. Gut. Wo ich anfangen die Stein, doch bestimmt. Boah. Voll um die Ecke gesprungen, so in der Luft. Spontaner Richtungswechsel beim Springen. Wo gehe ich hin, wo gehe ich hin oben, oder? Erstmal hier unten gucken. Ich glaube, das war sogar richtig, oder? Ah, geht doch. ich glaube das war sogar richtig oder die tür geht immer noch nicht auf toll super und nun nein weg ist er blöd man auch glück gehabt immer direkt nach oben ja nein da kommt man nicht hin da ist einer genau da ist er wer einer sagt jetzt was ich will nicht erwischt werden hoch mit dir genau gut hat mich gar nicht um sieht gut hat keiner gesehen hat so ich müsste batman sein kann ich nur wiederholen können wir jetzt hier vom balken runter hängen lassen ja wie komme ich denn da jetzt am besten runter ohne die mich sehen mein erster tipp geht so auf gar nicht die haben sich synchron bewegt habt darauf geachtet okay das hat keiner gesehen eine granate in die mülltonne ich glaube nicht das geht wie behindert schießt der denn ich töte dich finde die blablabla wo es sind sie denn da ist einer so das ist mein mein teil dazu leise die tür zu hoffen öffnen total leise nein dachte fällt jetzt mal da runter nein ich habe doch in die andere richtung gedrückt ich weiß immer eine gute ausrede mein pet hat nicht funktioniert und noch mal das ganze jetzt gucken wir mal dass wir das heimlich schaffen da geht schon mal nicht runter da auch nicht toll toll ich schmeiße aber wenn der granate in die menge das mache ich jetzt auch voll dumm die wissen recht wo ich bin obwohl die denken bestimmt logisch das konnte nur von da oben kommen dann erschießt also geil wir werden sehen super hoch mit dir verstecken so das war der eine ich wollte schon sagen da ist noch eine deckung erledigt ihn nachladen und den lasermann wo ist er der so ein headset aufgeheilt das letzte besser mit meinem alten headset ich dachte mir das zog ich so durch jetzt mit altes headset und die anderen die versuche ich dann mal mit meinem neuen manchmal sieht es komisch aus weil die kugeln kommen dafür ganz nach oben schießen sind die nicht animiert bloß aufpassen nein von wo geschafft 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 geschafft